Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Teil unseres Halloween Herbst Specials. Ich habe euch ja in der letzten Folge versprochen, dass ich euch zeige was wir mit dem Rest der Hokkaido machen können und wir machen heute Kürbisbutter. Klingt komisch, ist vielleicht auch so, wir werden es sehen. Als erstes brauchen wir 2 Frühlingszwiebeln und 2 Zehen Knoblauch. Die kommen hier in unseren Mixkessel hinein und werden verkleinert auf Stufe 5. Etwa 5 Sekunden. Das Ganze runter drücken und dann geben wir den Rest von unserem Kürbis hinzu. Den wir bei unserem Kürbisgelee, ihr könnt euch erinnern, noch übrig hatten. Dann nehme ich jetzt 300 Gramm, die kommen hier rein und werden ebenfalls zerkleinert. Zerkleinern tun wir das 3 Sekunden auf Stufe 6. Jetzt müssen wir das Ganze noch etwas würzen und zwar natürlich mit Salz, etwas Pfeffer, eine Messerspitze Chili, wobei ich irgendwie das nie hinkriege, das Chili-Pulver auf der Messerspitze zu balancieren. Deswegen mache ich einfach ein bisschen rein. 5 Gramm Olivenöl mache ich noch dazu, das messe ich jetzt hier direkt im Kessel ab und wir dünsten das Ganze 8 Minuten Stufe 1 100 Grad. Also unser erster Schritt für die Kürbisbutter ist abgeschlossen. Wir müssen das Ganze jetzt noch pürieren und zwar auf Stufe 8. Das ist ja doch noch sehr, sehr grob alles hier, aber vorher schiebe ich noch mal ein bisschen runter. Stufe 8 etwa ein paar Sekunden. Dann guckt halt rein, dass es ordentlich püriert ist, dass es schön gleichmäßig cremig ist. Ich denke mal so 4-5 Sekunden müssten reichen. Ja jetzt hängt die ganze Suppe natürlich oben im Deckel klar. Also alles runter streichen nochmal in den Kessel. Das ist jetzt schön cremig hier und wir müssen das jetzt noch abkühlen lassen auf 50 Grad. Das Schöne ist ja, dass einem der Thermomix das genau anzeigt, sowohl der TM31 als auch der neue TM5. Müssen wir ein paar Sekunden warten bis es runtergekühlt ist. Das abkühlen hat ja jetzt doch ein bisschen gedauert, aber es ist soweit und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Schritt für unsere Kürbisbutter. Ich habe eine Gewürzmischung hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Darin befindet sich Curry, Muskat, Ingwer, jeweils so ein Hauch. Das machen wir hier rein und dann kommen 70 Gramm Butter dazu. Das Ganze wird jetzt nochmal 10-15 Sekunden auf Stufe 6 miteinander vermischt. Schauen wir mal nach. Ich habe das jetzt mit 11 Sekunden hier angegeben. Ich drücke das nochmal runter und hängt auch echt viel im Deckel und da mische ich lieber nochmal, damit auch alles schön durchgemengt ist. Anschließend kommt das Ganze 30 Minuten zum Abkühlen mindestens in den Kühlschrank. Riechen tut es ausgezeichnet. Wird also glaube ich ein sehr sehr leckerer herbstlicher Brotaufstrich. Das sieht besser aus. Also dann streichen wir das mal in eine Schüssel, stellen sie in den Kühlschrank und dann gucken wir mal wie es aussieht. Unsere Kürbisbutter ist jetzt auch abgekühlt. Im Kühlschrank ist noch nicht ganz fest. Ich denke wenn man die über Nacht im Kühlschrank stehen lässt, dann wird die noch ein bisschen fester. Sowieso habe ich jetzt den Eindruck gewonnen, das ist jetzt nichts was man auf die Schnelle kurz bevor man auf die Party geht noch macht. Sowas bereitet ihr besser dann am Abend vorher vor, weil das durch dieses Abkühlen auch vorher schon im Kessel einfach ein bisschen länger dauert als das bei anderen Brotaufstrichen der Fall ist. Trotzdem kommt jetzt die alles entscheidende Frage, wie schmeckt es? Ich habe mir jetzt ein Zwiebelbaguette geholt, weil ich glaube, dass das ganz gut dazu passt und es schmeckt wie erwartet sehr, wie soll ich sagen, kürbissig. Nein es ist wirklich kürbislastig, wenn man Kürbis mag. Ich kenne viele die keinen mögen, ich mag es total. Können für mich noch ein bisschen mehr Schärfe ran, vielleicht ein klein bisschen mehr Chili beim nächsten Mal. Aber das ist ja euch überlassen wie ihr das abschmeckt und ein Rezept bei dem man durchaus Spielraum hat zum Ausprobieren und zum Variieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und sagt erstmal guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.